Dieser Moment war einer der tiefsten Momente in meinem Leben. In diesem Moment ist mir klar geworden, dass nicht einmal die Vorräte mich mögen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Typ, der sich jetzt wieder richtig viel Mühe gibt bei den Videos. Yay! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kylian aka KlikkochdaVotokons. Herzlich willkommen heißen Sie hier zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, heute ist eine Weltpremiere auf YouTube, ja? Denn ich habe nicht wieder richtige Motivation auf YouTube bekommen. Deswegen könnt ihr jetzt auch mal ein Like da lassen. Sondern ich erspiele auch wieder eigene Gameplay. Kurz mal Applaus, yeah! Alter, meine Stimme ist auch so im Arsch von der Kältung. Aber das müsst ihr nächste Woche auch noch ertragen, weil ich jetzt am Vorproduzieren bin. Da ich jetzt zwei Wochen in Berlin bin, falls ihr in Berlin seid, folgt mir auch einfach auf Instagram und dann treffen wir uns. Ich muss mal Nase putzen, scheiße. Naja, wie ihr es im Titel schon lesen könnt, geht es heute, ob ich Ruin oder Apokalypto bin. Die meisten kennen mich von Ruin oder Apokalypto, weil ich am Beinclan war oder bin. Beziehungsweise jetzt bin ich eigentlich gar kein von den Beinclan. Ich bin nämlich Apokalypto-Klan sozusagen gelieft, weil sie einfach mega enerxiv sind und es kann sein, dass sie jetzt wieder zurückkommen. Aber ich buche auf YouTube einen Klan, der aktiv ist und dann motiviert und so weiter und so fort. Und den habe ich jetzt auch gefunden. Die einen oder anderen haben die wie... Alter, meine Nase, Alter. Die einen oder anderen wissen das schon, weil sie mich entweder da schon gehört haben oder das einfach schon mitbekommen haben. Ich bin jetzt dem alten Ruin-Reserve-Klan sozusagen gejoint. Ist schon ein bisschen länger her. Ihr wisst ja alle, das Drama um Ruin, Ruin-Reserve, dass wir jetzt ein einstündiger Klan sind. Wir haben auch einen neuen Namen. Ich weiß nicht, wie ich das schon sagen kann, deswegen sage ich den jetzt erstmal nicht. Aber der Klan ist auf jeden Fall auch immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr einfach mal raufgehen, wenn ihr den noch nicht kennt. Das ist ein echt korrekt, der Klan mit ganz vielen korrekten Dudes. Jo, schaut einfach mal vorbei, da kommen auch ein paar Videos von mir, falls ihr was von mir sehen wollt. Ich weiß ja, ein oder andere möchte vielleicht was von mir sehen. Nein, Kilian, deine Videos sind scheiße. Okay, denn nicht. Mehr gibt es da, dem nicht zu sagen, Leute. Falls ihr Fragen habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Ich habe nämlich Internet in Berlin, ihr könnt einfach alle Kommentare beantworten. Ansonsten, falls ihr irgendwie Fragen habt oder so, einfach auf Snapchat oder Instagram anschreiben. Ich antworte da nicht immer zurück auf, wenn das manchmal ein paar hundert Jahre dauert. Aber I'm answering, bro. Ich hasse Leute, die die ganze Zeit so Schleichwerbung machen, Alter. Folgt mir auf Instagram. Alter, man, husten. Ich habe schon mal wieder, was im Hintergrund läuft. Ich habe nämlich letztens im Stream, also ich würde jetzt ja sagen, ich stream regelmäßig, aber ich bin ja jetzt weg, aber ich habe regelmäßig gestreamt die letzten Tage. Und habe ich die nuklear erspielt, teilweise mit einer Shotgun, die ich aufgesammelt habe, und mit meiner P06, my love. Ich hoffe, euch gefällt das Gameplay, wenn ihr da lasst, einfach mal ein Like da, weil ich finde irgendwie PC-Game ist ein bisschen viel lustiger anzuschauen. Ansonsten war es das heute auch, Leute. Ich weiß, ich bin krank und ihr das nächste Video von mir oder die nächsten zwei Videos werden auch so, sich so krank anhören, weil ich ja jetzt vorproduziere, weil ich in Berlin bin, was ich schon tausendmal gesagt habe in diesem Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und äh... Peace.